Um sieben Uhr frühstücke ich ein Brüchen. Um sieben Uhr frühstücke ich ein Brüchen. Ich fahre um Wüthel nach sieben in die Schule. Die Schule fängt um acht Uhr an. Ich bin in der Schule von acht Uhr bis sieben nach drei Uhr. In der Pause spiele ich Horsquare. Um halb zwölf esse ich Mittag. Ich fahre um Wüthel nach drei nach Hause zurück. Um halb fünf bis sechs Uhr mache ich meine Hausaufgabe. Dann lese ich. Am Dienstag und Freitag um Wüthel vor sieben habe ich Fußballtraining. Am Dienstag habe ich Fußballspiel. Um neun Uhr gehe ich ins Bett. Ich schlafe bis zehn Uhr in der Wochenende. Am Dienstag bis Sonntag spiele ich Video. Von Samstag bis Sonntag spiele ich Video.